Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder eine neue Folge von Blackout of Blackout of Stray. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Die letzte Folge kam so abnormal bei euch an. Ohne Witz 9000 Likes, über 9000 Likes. Holy shit, was ist los mit euch? Richtig krank. Danke für euer ganzen Support. Vergesst auf jeden Fall nicht, für die nächste Waffe abzustimmen. In der Beschreibung, ganz oben der Link. Macht es auf jeden Fall, wäre richtig korrekt von euch. Und da würde ich noch sagen, wenn ihr mehr von der Serie haben wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir schaffen hier 7000 Likes. Die letzte Folge über 9000 Likes. Vielleicht schaffen wir 7000 Likes. Wir würden mich übelst freuen. Und da würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Part von Blackout aus Blackouts 3. Heute auf Infection. Oh, da ist noch einer. Oh no, Digga. Oh mein Gott. Auf jeden Fall heute ein neuer Part von Blackout mit der Pharo, Jungs. Auf jeden Fall danke an euch, dass so viele abgestimmt haben. War richtig nice. Oh mein Gott, Alter. Geh doch mal jetzt hier hoch, ey. Du fettes Stück Scheiße, Digga, man. Nee, Spaß. So, ein Fahrdrohne. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass die letzte Folge so krank bei euch angekommen ist. Ihr habt mittlerweile über 9000 Likes. Das ist echt übelst krank, Jungs. Das ist übel krank. Also danke an euch für euren ganzen Support. Würde mich natürlich freuen, wenn euch die Folge gefällt, dass ihr die wieder so heftig bewertet. So, wo sind die Gegner? Hier ist irgendwo einer. Oh, fuck. Wo ist der? Nice. Die Pharo ist schon eine geile Waffe, Jungs. Muss ich echt sagen. Kampffokus. Nice. Okay, ein vor Orbi. Ein vor Orbi. Komm jetzt. Let's go, Mann. Let's go. Komm, ist hier eine? Nee. Ja, Orbi. Stark, Mann. Stark. Stark, stark. Komm, let's go jetzt. Kommt der da lang? Ja. Stirb. Nice. Okay, kommt der da? Okay, ich glaub, der hat ein Lack irgendwie. Oh, die sind alle da hinten. Ich bin voll auf der falschen Seite, Mann. Meine Güte, ey. Jetzt sind sie hier gespawnt. Nice. Da kommt noch einer. Komm, zeig dich. Oh, super. Nice, Mann. Das war richtig wichtig. Komm, den holen wir uns auch noch schnell mit. Hunderter Prezi des Grauens am Starts. Man kennt ihn. Nice. Okay, Orbi ist leider weg. Egal. Drohne raus. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt nicht umsterben oder so. Okay. Hinten ist auch einer gespawnt. Sauber, Jungs. Sauber. Es läuft richtig gut. Heilige Scheiße. Mann. Holy fuck. Komm, weiter geht's. Nice. Okay, Kampffokus wieder. Zwei Kills mit Kampffokus noch. Komm, let's go. Das schaffen wir. Keine Drohne mehr. Egal, egal. Komm. Das ist keiner. Fuck. Okay, ein Kill noch. Oh, nachgiebig. Oh, nachgiebig. Oh, bitte, Jungs. Bitte. Ich sweat mir so den Arsch voll. Nice, Orbi. Orbi raus, Mann. Sauber. So muss es laufen. Wir haben kaum noch Munition. Wir haben kaum noch Munition. Das ist belastend, ey. Den müssen wir uns jetzt eben holen. Wir brauchen Muni. Okay. Okay. Warum droppen die keine Munition? Hä? Oh, nein. Das wird so belastend jetzt. Okay. Munition aufheben. Ey, warum droppen die nichts, Jungs? Okay. Hat der was gedroppt? Ey, ich muss eine andere Waffe noch aufheben. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kriege ich keine Munition von denen? Oh, nein. Das wird so kritisch jetzt. Schnell nachladen. Brutal, brutal. Hier? Ne. Oh, nein. Bitte nicht. Oh, mein Gott. Wieso kriege ich von denen keine Munition? Ich verstehe es nicht. Nice. Brune? Nein. Irgendwo war da einer. Nein. Er weiß, dass ich hier bin. Chip mal eben. Die sind oben. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Spawn. Er ist gespawnt. Da oben war er. Nein. Oh, Gott. Okay, kommt, Drohne. Nein. Nein. Er schießt auf mich. Oh, mein Gott. Zwei Kids noch. Komm, let's go. Nein, ich trau mich nicht. Ich chill hier eben. Nein, bitte nicht. Ich trau mich nicht raus. Fuck, wo sind die Gegner? Zwei Kills noch. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist einer. Nice. Ein Kill noch. Ein Kill noch. Komm, Jungs, kommt. Drück mir die Daumen. Da war einer. Der ist da hoch. Der ist da reingelaufen. Nein. Ja, Mann. Nice. Sauber, Alter. Sauber. Mit der Pharo. Oh, mein Gott. Nice, Jungs. Sauber, Alter. Holy Shit. Okay, wenn euch die Folge gefallen, lasst auf jeden Fall einen deftigen Daumen nach oben da. Ohne Witz, wie nice war die hier spielt, Mann. Oh, Gott. Nice, Jungs. Okay, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Stimmt, wie die nächste Waffe in der Beschreibung habt. Wer richtig korrekt von euch. Schaffen wir 7.000 Likes für die Folge. Die letzte hatte einfach 9.200 Likes. Also, wenn wir da rankommen, seid ihr die krassesten auf der ganzen Welt. Aber 7.000 Likes würde ich mich mega darüber freuen. Checkt die letzte Folge ab. Und dann würde ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Göt euch so ein Live-Your-Time-Shirt. Und... Ciao.